Das Hotel Lema Garden liegt in Colonia San Jordi in Mallorca. Das Hotel Lema Garden ist sehr beliebt unter den Gästen. 94% empfehlen das Hotel weiter. 60 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,9 von 6 Sonnen. Gastronomie Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotel und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Service 4,8 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,5 Sonnen bewertet. Zimmer Insgesamt zeigen sich die Gäste zufrieden mit den Zimmern des Hotels. 4,3 von 6 Sonnen werden hier vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Die guten Sport und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,2 von 6 Sonnen wert. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's mir, Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020